Der Fall eines 16-jährigen Mädchens, die noch in der Schule von der Polizei befragt wurde, aufgrund einer AfD-freundlichen Aussage auf TikTok schlug ziemlich hohe Wellen. Jetzt packt die Schülerin aus und erzählt, wie sie das Gespräch mit der Polizei erlebt hat. Die angerückt waren wegen des Verdachts einer Gefährderansprache, aufgrund eines auf TikTok veröffentlichten Schlumpfvideos und der Aussage, Deutschland ist nicht nur ein Ort, Deutschland ist Heimat. Das ominöse Video, um das es ging, war übrigens folgendes. Daran wird gesagt, die Schlümpfe und Deutschland haben etwas gemeinsam. Die Schlümpfe sind blau und Deutschland auch. Und damit eine klare Anspielung auf die hohen Umfragewerte der AfD. Das Richard-Wosidlo-Gymnasium in Riebnitz-Damgarten, wo die 16-Jährige zur Schule geht, wurde darüber per E-Mail informiert. In der hieß es, dass eine Schülerin staatsfeindliche Inhalte auf Social Media verbreitet. Genau, ein harmloses Pro-AfD-Video sind staatsfeindliche Inhalte. Ganz im Gegensatz natürlich zu Aussagen wie diesen hier, die sind natürlich nicht staatsfeindlich. Wo die grüne Jugend sich ganz offen als linksextrem bezeichnet. Oder hier, wo die grüne Jugend die Abschaffung Deutschlands fordert. Auf einem Banner steht, Deutschland abschaffen für eine befreite Gesellschaft. Grüne Jugend. Naja, es muss eben von der richtigen Partei kommen. Man stelle sich mal vor, sie hätte etwas in dieser Art gepostet. Der Schuldirektor hat jedenfalls daraufhin die Polizei alarmiert. Und da muss man sich schon fragen, warum informiert er zuallererst die Polizei? Wo doch völlig klar ist, dass sich so etwas an der Schule nicht verheimlichen lässt. Und die Folgen davon bekommt die 16-Jährige jetzt auch zu spüren. Aber mehr dazu später. Interessant wäre natürlich, ob sich der Direktor das Video einmal selbst angesehen hat und dann trotzdem entschieden hat, die Polizei zu rufen. Oder ob er das Video gar nicht kannte und nur aufgrund der E-Mail die Polizei informiert hat. Wenn er das Video nicht kannte, frage ich mich aber, warum informiert er nicht zuerst einmal die Eltern und redet mit ihnen über den Fall? Das ist jedenfalls nicht passiert und so kamen die drei Polizeibeamten dann am Gymnasium an. Laut Polizeiangaben holte dann die Direktor des Mädchen aus dem Unterricht. Die Polizeibeamten warteten vor dem Klassenzimmer. Und was sagt der öffentliche Rundfunk zu diesem Skandal, der es sogar in ausländischen Medien geschafft hat? Wie hier zu sehen, Berichten sie über die völlig überzogene Reaktion des Direktors? Oder warum irgendwelche Leute wegen eines komplett harmlosen politischen TikTok-Videos ein Mädchen denunzieren? Nein, sie drehen den Spieß um und schreiben Hetzkampagne gegen Gymnasium in Riebnitz-Dammgarten. Das Richard-Wusidlo-Gymnasium in Riebnitz-Dammgarten ist offenbar Ziel von Drohanrufen und Schmäh-E-Mails. Auslöser ist eine Kampagne rechtspopulistischer Medien und von AfD-Politikern, die der Schulleitung und dem Schulleiter Stasi-Methoden vorwerfen. Als Beispiel der dramatisierten Falschinformationen der AfD zeigen sie einen Ausschnitt des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm. Der sagte, Jetzt ist eine junge Schülerin, 16 Jahre alt, in meinem Wahlkreis in Riebnitz-Dammgarten aus dem Schulunterricht geholt worden, weil sie ein ganz schweres Gedankenverbrechen begangen hat. Sie hat bei TikTok gepostet. Dort hat sie geschrieben, dass Deutschland nicht nur ein Ort sei, sondern auch Heimat. Und sie hat eine Gemeinsamkeit zwischen Deutschland und den Schlümpfen noch dazu gepostet. Beide seien nämlich blau. Was für ein Vergehen. Deswegen wurde sie wie eine Kriminelle aus dem Chemieunterricht herausgeholt von drei Polizisten, die extra herangerückt waren. Der Schulleiter hatte das der Polizei gemeldet, dieses schwere Verbrechen. Es ist wirklich unglaublich, was in diesem Land passiert. Der Schulleiter übrigens weiß die Schuld von sich und sagt, es gäbe eine Anordnung des Bildungsministeriums in Schwerin, das das verfügt hätte. Das wäre natürlich ein riesiger Skandal. Und danach hat der NDR natürlich nochmal ganz klargestellt, die Polizei widerspricht der Darstellung der AfD vehement. Sie habe von der Schulleitung Hinweise auf möglicherweise staatsschutzrelevante Inhalte bekommen, das Mädchen sei von dem Beamten nicht aus dem Unterricht geholt worden, sondern von dem Schulleiter. Ähm, macht das die Sache jetzt wirklich so viel besser? Weil ein kleines Detail nicht gestimmt hat? Dabei bezog sich die Aussage der AfD sogar auf die ursprüngliche Meldung, in der die Mutter zitiert wurde. Meine Tochter erzählte mir später, dass die drei Polizisten plötzlich im Raum standen und sie abholten. Ob die Mutter, die ja selbst nicht dabei war, ihre Tochter falsch verstanden hat, oder die Medien diese Meldung falsch wiedergegeben haben, ist nicht bekannt. Das könnten die Öffentlich-Rechtlichen aber mal dazu sagen, bevor sie die Schule als Opfer einer Kampagne der AfD oder rechtspopulistischen Medien darstellen. Wobei ich natürlich auch betonen will, dass jegliche Drohungen gegenüber dem Direktor absolut unangemessen sind. Der NDR schreibt weiter, es habe zudem mit ihm und der Schülerin ein gemeinsames Aufklärungsgespräch mit präventivem Charakter gegeben. Äh, was genau ist damit gemeint? Klingt so ein bisschen wie, man hat ihr nahegelegt, dass sie doch nicht wieder positive Videos über die falsche Partei veröffentlichen sollen. Obwohl sich natürlich am Ende kein Anfangsverdacht bestätigt hat. Und dann meinte man noch, von den Mitschülern der Klasse seien die Beamten nicht wahrgenommen worden. Trotzdem war doch abzusehen, dass auch wenn der Schulleiter das Mädchen aus dem Klassenraum führt und die 16-Jährige dann begleitet von drei Polizisten durch die ganze Schule geht, sich so etwas herumsprechen wird. Erstens wird garantiert irgendwelchen Kindern auffallen, dass ein Polizeiauto zur Schule fährt und Polizisten die Schule betreten. Und wenn dann ein Mädchen auch noch vom Direktor aus dem Klassenraum geführt wird, können die sich eins und eins zusammenzählen. Und außerdem muss ja nur irgendein Schüler gerade zufällig auf dem Gang sein und die 16-Jährige in Begleitung von drei Polizisten sehen. Und genau so war es auch und das Ganze hat sich natürlich in der kompletten Schule herumgesprochen. Die Mutter erzählte der Bild, dass im Atrium Schüler aus der 12. Klasse saßen, als ihre Tochter mit den drei Polizeibeamten durchging. Sie schämte sich in Grund und Boden. Die Mutter sagte auch, ihre Tochter fühlte sich von den Polizeibeamten umzingelt. Und ihr war die ganze Zeit nicht wohl. Ich verstehe den Schulleiter nicht. Er ist doch selbst Vater. Hat er nie darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn sein Kind zur Polizei geholt wird und er davon nichts weiß? Von einem Pädagogen hätte ich mehr Empathie erwartet. Und als sie nach dem Gespräch aus dem Lehrerzimmer wieder in die Klasse zurückkehrte, sagte sie sofort zum Lehrer, machen Sie sich keine Sorgen, ich habe nichts falsch gemacht. Und dass die drei Zwölfklässler die Sache nicht für sich behalten haben, machte sich auch bald bemerkbar. Das Mädchen erhielt nämlich bald darauf Hassbotschaften auf Social Media. Dabei hatte sie bis jetzt immer das Gefühl, dass ihre Mitschüler zu ihr halten. Aber dann bekam sie Nachrichten wie, hier ist kein Platz für NAZIs. Daraufhin wollte sie schon gar nicht mehr zur Schule gehen. Ihre Mutter bestand aber darauf, dass sie weiterhin die Schule besucht. Besonders zynisch ist, dass Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel von der SPD meinte, der Einsatz war angemessen und außerdem seien ihr ja auch keine Handschellen angelegt worden. Ja, und seine Wirkung hat es sicherlich auch entfaltet, denn jetzt wird sich garantiert kein Kind mehr an der Schule trauen, irgendetwas Regierungskritisches zu veröffentlichen. Trotzdem stellte die Mutter des Mädchens nochmal ganz klar, dass sich über die Schule und den Schulleiter ein Shitstorm ergießt, ist furchtbar. Das möchte ich ganz klar sagen. Damit haben wir nichts zu tun. Historiker Dr. Hubertus Knabe findet zu dem Vorfall deutliche Worte. Ältere dürfte der Vorfall an ihre Schulzeit in der DDR erinnern. Als pazifistische Aufnäher oder eine Plastiktüte aus dem Westen bereits zur Einvernahme führten. Der Anlass, eine E-Mail über ein Video rechtfertigt ein solches Vorgehen in keiner Weise, da Minderjährige dadurch nachhaltig verstört werden können. Der Vorfall zeigt auch, wohin der staatlich geförderte Trend führen kann, seine Mitmenschen bei allen möglichen Stellen zu denunzieren. Und dem kann ich nur zustimmen. Man könnte ja schon fast das Gefühl bekommen, das sind die Auswüchse von Nancy Faesers starkem Staat. Und was soll ein Mädchen von dem Grundgesetz und der Demokratie in Deutschland halten, wenn sie so etwas aufgrund einer völlig harmlosen politischen Äußerung erlebt? Wenn es gefallen hat, gerne teilen, liken, abonnieren. Und wer will, kann auch gerne über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken. Bis zum nächsten Mal. Und wer will, kann auch gerne über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken.